Ah! Mein... Hilfe! Eigentlich wollte ich jetzt Hallo sagen, aber irgendwie... Ja. Aber irgendwie, alles klar. Wir haben uns verstanden. Umantai. Ich spare mir jetzt einfach mal ein Hallo und herzlich willkommen oder ein Hi, wie geht's? Ein Hi, ho! Wir sparen uns einfach mal alles, weil irgendwie hat das Spiel sich von alleine grad gestartet. Was? Also bei mir schon. Wo bist du denn jetzt? Er erlebt grad diesen komischen... ...Bitendown. Ähm... Das find ich eher kontraproduktiv grade. Ich auch. Ich... Ich warte jetzt einfach mal auf dich. Ja. Dann gehst du dich wieder einfach ins Hauptmenü zurück. Oh Gott, was macht der da? Aber ich weiß, warum er das getan hat. Ich hab noch ein... Gut. Hallo! Ja. Versuch Nummer zwei. Wenn's jetzt wieder schief geht, dann machen wir halt noch einen dritten Versuch und dann... Ich war nicht schuld. Nee, überhaupt nicht. Wenn's dann nicht geht, dann... schießen wir das Projekt. Wir spielen vier, gleichzeitig auf zwei verschiedenen PCs, in zwei verschiedenen... ...ääh... ...Bundesländern. Ich wollt grad sagen, was... ...was kommt jetzt noch für ein... ...auf zwei verschiedenen YouTube-Accounts... ...ääh... ...das Projekt hatten wir dann hier und ääh... ...das war dann nie da. Aber es wird schon... Moment, ich hab gar keinen Timer gestartet. Oh, oh, oh. Böse, böse. Du darfst gerne weiterlaufen. Es wird der Öffentlichkeit schon zugänglich gemacht. Also das, was wir dann haben, wenn's nur zwei Sekunden sind, ist mir dann egal. Ja, alles klar, aber nicht der letzte Fail-Versuch. Also, wir können jetzt anfangen. Ihr seht, was wir spielen, und zwar vier. Ääh... Richtig. Ein Wunder, ich spiele vier. Ähm, ja. Ääh... Was erwartet euch bei vier? Ääh... Was erwartet euch da? Ääh... Es erwarten euch... ...sicherlich Kreischereien, Schreiereien, Zickereien, ääh... ...Anpöbeleien, Verwirrtheit, und ganz viel... ...schwachsinniges... ...Dummfuggelaber, glaub ich. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Ich mein, du wirst nicht die Einzige sein, die sich irgendwie erschrecken wird, oder... ...schreien wird. Ich mein, das haben wir in der Testaufnahme schon... Ich wollt grad sagen, das haben wir in der Testaufnahme prima bewiesen, wir haben beide geschrien. Und mein Schreiber sehr weiblich, also man kann mich leicht mit dir verwechseln. Hust, hust. Ei... Eigentlich nicht, aber... ...ist okay. Ich glaub, wir sollten uns vielleicht mal langsam anfangen. Ja, richtig. Genau. Also ein neues Spiel, ja... Ein Spiel, ja, ein neues Spiel. Ich denke, wir lassen, wie damals, die niedrige Schwierigkeit weg und beginnen einfach mit der mittleren, ja. Nein, ich hab jetzt auch niedrig gestellt. Du hast auch niedrig gestellt? Ja. Ich bin ein Baby. Ich bin niedrig gestellt. Gut, ich geh auf die mittlere Schwierigkeit, dann haben wir schon mal zumindest was Gegenseitiges, was da ist, nicht nur die verschiedenen... ...PCs und so. Ja, die Dinge, die du grad voll einfach aufgezählt hast. Ja, die Dinge, die ich voll einfach aufgezählt hab. Ja, ich weiß. Andere klicken diesen schönen Ladebildschirm weg. Ich lass ihn da. Ne, ist halt da halt. Na, der Ladebildschirm ist bei mir auch noch da. Ja, bei mir nicht mehr. Ich dachte, jetzt eine Biologie-Taste drüber. Ja, ich auch. Oh cool, dann drücken wir mal. Okay. Überspringen wir die Videosequenzen? Mh... Nein. Okay. Also jetzt lassen wir die aussersweise mal laufen, denke ich. Ich weiß es nicht, weil ich hab keine Lust, dass YouTube dann wieder sagt... Aber was sehen wir ja dann. Ach komm, die... Sollen die Klappe halt nicht fallen. Richtig. Aber vielleicht sollte ich auch zum Bildschirm gucken, wenn die Sequenzen laufen, damit ich mir das... ...anschauen kann und weiß, äh... Du bist wieder so brillant. Hä? Du bist wieder so brillant. Ja, ich weiß nicht, ich, ich, äh... Es ist zwar hell, ne? Aber da wir noch Mittelnacht haben, bin ich ein wenig paranoid. Oh mein Gott, da war ein Auge. Ein Auge. Hallo. Oh nein, ich hab Angst vor dem Auge. Da sind Vögel! Mumantai. Mumantai. Da waren Vögel. Ich bin auch gut zu vögeln. Oh scheiße. Du weißt, dass das auf YouTube kommt? Ja. Tötet sie. Das ist ein komisches Deines Mädchen. Ich glaube, wir kriegen beide Ärger, weil das der... ...Vorspann ist und das, äh, lizenzwidrig ist, oder? Nein. Nicht? Nein. Ist aber bei vielen Spielen. Ja. 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 So geht das stundenlang. So klingt das auch in der Testaufnahme. Ich krieg immer einen drauf. Du machst mir viel zu viele Gedanken. Da nicht wahr. Meine Musik spielt. Hab ich das schon erwähnt? Boah, guck mal. Das Blut ist voll realistisch. Ich hab jetzt gar nicht hingekrokt. Achso. Wolltest du grad was sagen? Nee. Nee, 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 nee. Nur, äh, Blut. Okay. Dann ist sehr gut. Also mich interessieren diese ganzen Namen irgendwie nie. Nee, mich auch nicht. Und wir haben da schon unsere 5 Minuten voll. Ich mein, als würde ich denen irgendwelche persönlichen Briefe schreiben, oder sowas. Bestimmt. Hallo. Ja, unter Garantie. Ih, er weidet ihn wieder aus. Ja, nicht ganz, ja. Knabbert irgendwie am Hals rum, oder so. Yum, yum, yum. Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam. Ja. Hab ich dir schon Intervall on. Sie brabbeln. Meint er deine Musik? Nein. Pfff. Echt? Scheiße. Ich will die nicht leiser machen. So, ich hab sie leiser gemacht. Fett, man wäre immer noch so schlimm. Ich will mich... Oh Gott. Es fackt. Uuuuh. Okay, ich hör auf damit. Ich glaube, er hat einen Plan. Keine reine Nahrungsaufnahme. Der tut das nicht zum Spaß. Was sonst? Kampffressen? Was steckt da? Mmmmm. Ach, die brabbeln so viel. Gartenkommandanten gehorchen. Natürlich streng gehalten. Vettel ist einer der Kommandanten. Sie nehmen mich ja wohl auf den Arm. Kein Wunder davon her. Du aber auch. Ich brabbel immer, wenn ich nervös bin. Ich weiß ja, was mich erwartet. So heiß. Bist du an einer gewissen Stelle. Ne, ich weiß das schon weiter. Leider. Bitte? Ich hab mal auf Let's Play geguckt. Nimm mal einen Gruß an denjenigen. Ich hoffe, er weiß, dass er gefreint ist. Ja, ich lass mich gerne ein bisschen spoilern. Was ist mit Ihnen? Sind Sie einsatzbereit? Sie schicken Ihnen in Einsatz? Das ist doch nicht verrückt. Er ist erst vor einer Woche hergekommen. Sie haben seine Trainingswirte gesehen. Seine Reflexe sind extrem gut. Ich glaube, der kommt zu Recht. Der hat auch irgendwie leicht die Ego-Komplexe oder sowas. Ich mag das Gesicht nicht. Oh Gott, ich halte mir die Augen zu. Schuhe, er mag das gesehen. Ich halte mir die Augen zu. Was ist Ihre erste Erinnerung? Das Gesicht ist so großartig. Boah, der ist voll auf Drogen, der Typ. Der Opa mit der Brille sieht ja noch stylisch aus. Richtig. Ein Back in der Auto. In die Auto. In die Auto. In die Auto. Da, wir sind die Infektriere von zwei verschiedenen Seiten. Äh, ja. Gut, lass mich aussteigen. Lass mich auch wieder ersterben lassen. Ich habe ihn nicht aussteigen. Aber ich bin schon draußen. Aber die Karre, die finde ich ziemlich hässlich. Ich hab mir die nie angeguckt. Man, ist ja ein Modell. Kann man doch auch schießen? Ich würde sie über die ausprobieren. Wie hau ich denn da jetzt nochmal drauf? Mit rechten Mausten hast du das? Ich sollte mich da vielleicht... Du hättest sie auch zerschießen können. Ich weiß, ich kann damit. Oh mein Gott, hier ist wie dieses unkaputtbare Fass. Aber ich gehe einfach weiter, weil... Ich kann's. Und die Ratte... Willst du nicht wieder toterratte, 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 schreien? Toterrat, toterratte, boomtot. Da war diesmal sogar Blut bei. Hast du gerade was ohne Schmissen oder hab ich kaputt? Oh, ich hab mir einfach mal, weil ich hab mir schon. Episch. Ich kann's. Okay, in diesem Raum ist bestimmt nichts. Und wenn doch, dann bin ich zu gut, dass du filmst. Denk an den einen Raum, wo ich reingegangen bin und du nicht, wo... Was ist denn das hier eigentlich? Gesundheitsbooster. Wo hast du das denn denn schon wieder gefunden? In dem einen... Rechts in den Treppen ist ein Raum. Und links neben den Treppen auch. Da ist ein Klo. Wie nimmt man denn Sachen mit? Mit F. Mit F. Kann man das dann mitnehmen? Eine Ratte. Eine tote Ratte. Ich will nicht weitergehen, Schuhe. Doch, willst du? Oh nein! Oder doch. Oh nein, oder doch. Ich hab auch noch so schöne Musik dabei an, ey. Super, also ich bin wieder über dem Tisch. Ja, ich bin da auch schon drüber geschwungen. Und dieses Spiel macht mir Angst. Aber wer ist das? Und warum ist... Ich dir erzählt, dass mir dieses Spiel Angst macht. Warum bringen sie wen hierher? Oh, Schuhe, ich will das nicht im Beummelhütten-Spiel. Ich frage mich eh, warum du... Wow. Ich mein... Wow. Was hast du? Sache runtergefallen. Ich bin durch die Tür, durch die gerade vor meiner Nahtzugang ist. Ja, ich diesmal auch. Ja, und ich bin wieder im Treppenhaus. Ja, ich noch nicht. Das ist eine Dose. Ach ja, ich müsste es wieder auf dieses schirmische Schwarzschiffen. Hoppaha, letztens der meinte... Boah, Mann, wie hast du das übersehen? Checkpoint wird gespeichert. Ja, ich komm ja schon. Ich will nicht weitergehen. Ich will nicht. 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 Oh, Checkpoint wird gespeichert. Komm, wie du, wo schneller alt ist. Du wurdest hier geboren. Und du warst dabei. Das ist schön. Aber warum wurde ich in einem verlassenen Haus geboren? Muss ich jetzt an der Leiche vorbei? Musst du. Du spoilerst voll. Da war ich noch gerade. Oh, an der Leiche. Ich auch nicht. Ich mag dieses Bullet Time Ding nicht. Besonders, weil ich so eine Panik-Fälle bei der Leiche habe. Ich will gar nicht. Oh, hier ist diese... Hier war ja diese epische Stelle auf dem Dach, wo... Ich habe gerade voll die Panik-Anfälle hier. Ja, ich auch. Durchsuchen sie das Gebiet. Boah, dieser Müllsack war da voll im Weg, ey. Können wir nicht wieder aufhören? Nein, können wir nicht. Ich ecke hier an jeder Stelle an. Aber ich will nicht weitermachen. Ja. Du hast auch zu heulen gemacht, du Chrissy. Habe ich erwähnt, dass ich ein... nicht mal Horrorfilme gucke. Die Frage ist, an welcher Stelle bist du jetzt eigentlich? Ich bin... Eben... Ich bin gerade in das Haus reingegangen, so. Und muss jetzt nochmal um die Ecke gehen. Da sind zwei Müllsäcke. Wo bist du? Auf der anderen Seite vom Dach, so gesehen. Hä? Bist du schon durch diesen Raum durchgegangen? Oh! Oh mein Gott. Egal, was es war. Ich habe ein... Ich will nicht weitergehen. Ich bleib hier mit dir an der Zeit stehen. Pst, pst. Ich bin jetzt auch da. Entschuldigung? Ich habe gerade Angst. Hallo? Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Ich weiß gar nicht, wohin. Da sind so ein enger Gang. Oh, ja. Wo du durch musst. Oh mein Gott. Sag mir doch, dass da was kommt. Nein. Just for the lols. Oh mein Gott. Ach, ich bin gerade voll zusammengezuckt. Ey, ich habe meine Maus bei noch. Ey, würde ich jetzt mit der Funkmaus spielen, hätte ich, glaube ich, durch den Raum geschmitten. Ich gehe gerade wieder zurück, weil... ...das, glaube ich, gesagt wurde. Ich will nicht weiterspielen. Schui. Ich will nicht weiterspielen. Oh, die stehen da voll im Weg. Jetzt ist... ...wieder schwarzer Bildschirm. Ich weiß gar nicht, wo schlank muss. Du musst wieder zurückgehen. Wenn du die Sequenz hattest. Aber ich habe gerade voll Panik, Schui. Ich hasse es. Ach ja, genau. Du, aber ich nicht, oder was? Ich habe echt gerade Angst. Oh, der soll sich nicht umdrehen. Schui, ich will da nicht weiterspielen. Musst du ganz zurück? Zur Leiche. Oh nein. Ach, Schui. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Warum? Oh, Intervall 0-2. Einführung. Oh, Schui. Ich weiß nicht. Ich frage jetzt, warum. Ich bin noch gar nicht da, wo du bist. Hannibal 3. Schön. Du bist viel schneller als ich. Ihre Aufgabe, die Angst, der Bedürfnis. Aber fliegt vielleicht daran, dass ich voll Angst habe. Ich sehe das schon kommen. Bei dir kriegt man wohl die Panikattacken. Ja, und ich latsche hier einfach durch. Und ich kriege vielleicht mal einen Schocker oder so. Aber das war's. Ich bleib das öfter denn mal stehen, wenn du da drauf bist. Okay, sagt die Hühner. Hm. Ja. Ey, jetzt hab ich das zu tun. Hannibal 3. Ah, bist du auch bei Intervall 0-2 jetzt? Ja. Ja. Wow. Und wann kannst du eine beliebige Tastatur drücken? Ja, hab ich schon. Toll. Ja, jetzt bist du schneller als ich. Passt schon. Ist alles okay. Momentan, hey. Äh, wir kriegen... Oh, wow. Helikopter. Hey. Äh, ich mein... Wow, Helikopter. Oh, mein Schiff. Und voll das realistische Wasser. Ja, ne? Oh mein Gott. Ich hab... Hallo? Angst? Schrei? Quietsch? Dröh? Wir wackeln so komisch. Warum... Warum muss ich bei dem Mann runter? Ich will auf die andere Seite gehen. Ich will gar nicht. Du musst mit dem mitlaufen, denke ich mal. Ach, ich soll jetzt das Tor öffnen, Arschloch. Wie mache ich das denn? Check, man weggesichert. Suchen Sie die Torsteuerung und öffnen Sie das Tor. Ja, toll, weiß. Ich darf wieder nach Timbuktu laufen, ey. Kann ich Sie einfach irgendwie aufballern oder so? Ne, das funktioniert nicht. Was ist das so? Ja, aber ich weiß, dass ich mich nicht schütteln muss. Boah, die haben die Seine liegen lassen. Das muss ich eh nicht gehen. Da schon da wird. Schöne, wo bist du denn nachgegangen? Ich weiß so gar nicht, wo die Steuerung ist, man. Warum kommst du nicht mit und suchst mit so? Warum muss ich jetzt hier leichtwillig hinzugehen? Oh, guck mal. Nein. Da liegen seine, aber die kann man nicht aufheben. Dann kann man das. Also, ich bin jetzt in so einem Lagerhaus drin. Ich bin zu links oder rechts rumgesangt. Reflex, 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 reflex von dem Tor und dann rein da und dann ist da. Ach, ich lässt mich ganz zum Wasser latschen. Reflex, reflex, warum zum Wasser leiden? Nein, hä? Hä? Guck mal, da ist eine Tür, die macht man auf. Da ist ein komisches... Jetzt bin ich hier oben drin. Da ist ein komisches Gitter. Ich glaube, die gehen beide in verschiedene Richtungen. So, ich gehe jetzt nochmal zurück. Wenn du vor dem Tor stehst, ja? Ich bin da schon drin. Ich will nicht weitergehen. Also, unten kommt noch nichts. Ich weiß nicht, ob da oben was ist. Ich war da gerade schon und gehe da jetzt einfach mal wieder rein. Ich weiß nicht, was kann ich, wo ich hier lang gehen soll. Weil, du musst ja Türöffnung aufmachen und... Dieses scheiß Putzeimer-Zeug. Ich glaube, wir sind beide in verschiedenen Gebäuden. Ja, bei mir gibt es keine... Diese Leiche. Ich will nicht weiterspielen, Schumi. Kann man nicht einfach den Parten cutten und fertig und morgen weiterspielen? Nein. Also, alle, die schon mal vier gespielt haben, die werden mich heute auflachen, wenn ich den Parten lade. Ich weiß echt nicht, wo ich lang soll. Maka, du stehst im Weg. Meine Männer wurden erschossen. Ja, dann bist du schon weiter als ich, weil... Oh mein Gott. Ich komme hier nicht weiter. Ich bin zu blöd für dieses Spiel, ganz ehrlich. Oh, ich stehe mitten in diesem Raum und weiß nicht, wo ich hin soll. Da ist kein Putzeimer nicht. Das ist dumme Kästen. Oh mein Gott. Da ist ein Kind, das Kind. Ui. Das ist so dumme Kästen. Das ist kein Putzeimer. Ganz ehrlich, ich bin für dieses Spiel nicht geschaffen. Schub. Schön. Nein, wenn du vor dem Tor stehst, der mit dem Menden, gehst du recht lang hinter den Kissen. Ja, aber da war ich doch schon. Ja, da geht es aber nicht unter dieses Ding drunter her, sondern rechts noch weiter. Da ist eine Treppe nach oben. Da kann ich nicht weitergehen. Du bist mit dem Weg gegangen. Tschui, können wir nicht einfach den Part hier machen und... Da ist ein Stopp-Shield. Stopp, da ist ein Stopp-Shield. Wo ist ein Stopp-Shield? Hier. Bei den Männern. Ja, da bin ich eben drei Mal gegen. Nein, ich bin gegen eine Laterne gelaufen. Doch, da ist ein Stopp-Shield, ja. Ja, und da gehst du jetzt rechts lang an der Laterne vorbei. Ja, da bin ich eben zwei Mal gegenlaufen. Da ist kein Putzeimer. Wie gegenlaufen. Oh, du... Da gehst du nebenher. Warst du schon da in der Lagerhalle drin, unter dem Gitter. Gut, und jetzt gehst du rechts weiter. Da ist eine Treppe nach oben. Aber, Schui, können wir nicht einfach aufhören? Doch, ich will nicht mehr. Ich mag das. Das noch, bis bei dir diese verdammte Zwischensequenz war. Nein, ich mag das nicht. Ich schieße währenddessen meine Skelette an. Ich will nicht. Warum hab ich mich da drauf eingelassen, ey? Oh Gott, das hört jetzt jeder. Darum hab ich mich da drauf eingelassen. Ich möchte nicht, Schui. Ich will nicht. Doch. Bis zu den Skeletten. Bis zu den Skeletten. Ich hau für dich. Ich schwank ein bisschen durch die Gegend. Ja, schön. Ich bin jetzt oben. Und jetzt? Gehst du weiter? So, ich hab F genutzt. Du gehst weiter, bis deine Leiche liegt und du das Tor öffnen kannst. Dann gehst du wieder zurück. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Wie gesagt, nur bist du den Skeletten, dann passt das. Also, bis du die Sequenz gesehen hast. So schlimm ist die nicht. Die Skelette sind aber toll. Die sind voll. Boah, guck mal hier. Bäm. Ich hasse dich. Die sehen aus wie aus... Der macht die Beine breit, die Sau. Ja, du weißt, dass ich dich hasse. Lol. Boah, sehen die realistisch aus, ey. Ja, total. Ich guck ja nicht hin. Oh. Ja, jetzt ist es, wenn es läuft. Und jetzt ist sie fertig gelaufen. Treffen sie sich mit Jakovskis Team. Oh, doch. Sag nicht nein. Möchtest du dann hier aufhören? Gut, dann beenden wir das und sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Mäh, 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 mäh. So. Hast du schon Treffer gemacht? Ich nicht. Ja, hab ich. Oh Gott. Ey, man muss mich echt viel bescheuern halten, weil ich eben so rumgezittert habe. Aber egal. Adios, Leute. Baş cust auf. Nichts. Ich werde mich nicht mehr bescheuern.